was geht ab heute machen wir ein Video mit Omo und Ekel heute nicht drehen leute und wir werden heute zocken ein bisschen so er redet nicht und ja ich werde ihm mal etwas schicken leute Leute er nimmt das nicht ein jetzt werden wir ein bisschen so mit ihm zocken und dann ja Leute wir werden ein bisschen zocken wo er ist und so die schlanken hier und so ja 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 die leute musste darum dann glaubt jeder dass niemand herkommt und dann kommt er nebenher und weil jeder die Gegner will Leute und bis dahin ist er und dann ist der Gegner zu jetzt vermasseln und wird jetzt den Gegner vermasseln hier aber voller oh mein gott leute wir haben leute er glaubt er kann mich killen aber nicht so leicht wie er denkt so ein freund ist nicht so leicht wie er denkt und so einer freund ist tot und von hinten dann pusht einer tut von hinten törteln das merkt man schon mal von der voller dass eine törtel volle tippte ja der boob war mal am start war mal am start da hinten war mal lecker aber habe ich leute drei kills das ist bin ich hier und danke für den mann deutschen brauche und wo ist der andere brauche Ich habe nur ein Pumppmoney. Aber ich habe nur ein Pumppmoney. Ich habe nur ein Pumppmoney. Bitte kommt der Pumpp. Einer ist noch mal tot. Handlageschüsse. Handlageschüsse. Maschinen. So Maschinen. Dann hat man seine Ehre. Wer ist es noch mit Daumen? Wer sitzt noch mit Daumen? Ich kämpfe mal gegen ihn. Ich muss sie mal gehen. Die glaube ich den One-Shot so. Aber die will mir nicht One-Shot. Die glaub ich noch. Aber die ist Ass. One-Shot. Raus. Aber aber. Sniper schnell holen. Und schon mal 4 Kills. Hälfte die Mandaschen zu ihm gehen. Und. Haben wir schon viel Kills, Leute. Ich habe vorher. Viele. 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 die. Die Blöde. Die. 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 weg da kommt noch viel über sie genauer auch hatte ich hab mich verpasst ich hätte mich eher um ihn machen oder um und hat sie auch verbessert aber nicht wie ich hat sich nicht so gut wie ich jetzt fällt es doch und du bist gar nicht mein Teil reicht mal nicht Leute was würd ihr machen? Ska oder Pum? Was will er von mir jetzt? Was ist das? ich bin 113 geworden ich kenne mich nicht so ganz aus aber jetzt trennen wir mit den anderen freundes 80 level ist ich war früher wenige leveler sind ich bin ich bin ich bin ein gegner Schuss wo wo ja da das mein Gott die Ziele soll ich jetzt ein bisschen leute der hat der Mann der hat was zum teufel geht hier ab raus oh mein gott noch mal 25 es geht dahinten hat leute hinter mir das macht mit team leiden aber das da schnitt ich lass sie dann nicht ich hab jetzt abstehen. Wo bist du? Wo bist du? Hasht im Boot! Headshot! Und den haben wir auch noch. Ich habe ihm zum Glück Headshot geschossen und er hat MP gehabt. Und jetzt habe ich auch gar kein Money. Er hat nichts da genutzt. No Mad Kid für mich, danke. Thank you very much, bro. Mad Kid, no, schnell gerne in hier. Schnell Mad Kid können und dann weiter nach die Zone. Und Leute, normal bin ich besser in Snipe, aber jetzt hat der voller mit Glück abgehauen, der Banani. Oh, Junge. Ich weiß nicht, wie lange noch ich leben kann, Leute. Vielleicht kann ich die Runde gewinnen oder nicht. Ich glaube schon, aber... heute als ich vorher gehe, dann gucke ich mal mit Snipe, dass da ist und bin da nehmt's dann nicht. Aber wenn da jemand isst, dann gehe ich nicht. Nicht. Aber nur wenn sie gut bauen können, wir kämpfen. Aber der war ein richtiger Portier. Mama, eine Leitia. Boom. Boah, hier bin ich von der Ausgabe. Schau mal meine Waffentanung. So? 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 So, wir sehen uns noch mal. er wird der Biggie aber brauche auch Wege ich will der Biggie jenover Leute wenn ich sterb dann ist es schon mit dem live stream wenn ich jetzt sterben wird da ist es meistens fertig Leute jetzt sterben wir also wenn er wird dann ist es fertig weil jetzt habe ich keine Zeit mehr und dann das ist ein Gegner's gesehen ich habe ja nichts zu mein Leben rutscht heute so voll muss man einfach schweren dass mein Leben so rutscht voll noch mehr rutschen kann der Eimer auch nicht mehr aber nein 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 das geht nicht oder oder was Doppelsniper glaub ich ich glaub er benutzt Doppelsniper ja Mini es braucht jetzt auch fast niemand mehr nur ein Kollege von uns oder 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 was ist los stehen los los oh mein gott habe es nicht gemerkt hat es nicht gemerkt dass die gingen schlossen vorliegen das klatschen muss sie ihn beschnitten jetzt mann und ist auch jetzt gesniped woher ist noch nicht na jetzt muss man auch weglaufen bloß da muss man weglaufen ok da wird schlumpet für uns mal eine schluss hier kein schluss nein nein abschießen klaus klaus der lausabub probiert uns zu werden abschiss mit snipe oder so der lausbubi der lausabub und hat auch mythische gröbler ich hab sieben kills leute ich hab sieben kills und da ist der mann wenn auch können wir heute neun kills machen leute mit meinem ersten video oder so hat mir nicht geglaubt dass ich neun kills gemacht jetzt ist die zeige für ihn er wird mal wieder anschauen es explodiert ja darum kämpfen sie aber auch noch war es einer ist schon mal tot bei uns hat ihn bitte 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 habe ich mann jungen was machst du der macht auch nix jetzt muss ich zu machen das war es schon mit dem video Okay, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute...